Alkyr 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 Okay, interessant. Keine Ahnung. Ich hatte gedacht, im Moment, wo er mich angesehen hat. Sieht aber hübsch aus. Achso. Wo er uns ja tüten wollte, kurz. Es sah uns ja kurz so an. Okay. Nee, die tötte ich nicht. Irgendwie so sah es für mich aus. So, wir reden mal mit dieser... Guendorin, Griselda, es ist unheimlich. Bitte, bitte sehr stark zu sein. Miris, danke. Dankeschön. Ich habe noch ein Bier in der room. Ich habe noch ein Bier in der room. Okay, ist das unsere... Wie sagt man die süße Damen? Naja, nicht. Oder... Egal, jemand... Achso, ich muss so sagen, wie die immer hier steht, irgendwie... so voll... Hä? Ich bin die Prinzessin. Ja. Na egal. Okay, ich kann etwas kaufen. Baubausamen Haltrang? Äh, wir kaufen hier einfach mal. Jawoll. Du hast bis zu 32 Gegenstände in deiner Tasche, aber diese Zahl wird sich im Laufe der Eise erhöhen. Bestimmte andere Gegenstände, wie etwa Mauersamen, werden separat aufgewandt bis zu 90. Okay, naja. Ich frage mich eigentlich, wir haben ja gegen Feen und Ähnliches gekämpft. Was sind wir eigentlich genau? Ich meine, wir können auch fliegen. Ne, ich wollte nicht. Und ich meine, unsere Flügel sind in... Wurde die Beine anfangen? Okay. Möchtest du zur Weltkarte zurück? Was heißt zurück? Wow. Wo muss ich hin? Oh, so. Winter. Wo genau muss ich jetzt hin? Noch mal zur... Okay, in die Flachtwelt, oder? Ich denke, nicht umsonst. Ah, Kapitel. Hier war ich genau. Informiert die Truppen. Okay. Okay. Ich gehe jetzt hin, ich gehe nicht. Nein, ich bin für die Welt und die Hoffnung. Ich bin für die Welt, wenn ich mich für den Krieg bin, ist es für dich. Das ist für dich. Ich bin für dich für dich. Ich bin für dich. Ich bin der Herrschweig. Ich bin der Herrschweig. Aber das war ich nicht so. Ich habe mich nicht so lieb, dass ich wieder einmal gebetet habe. Ich habe mich nicht mehr so lieb, dass ich mir der Vater verletzt. Ich habe mich nicht mehr als in dem anderen Mal eingebracht. Ich habe nur die Griselda mit dem anderen Angriff. Ich habe es nicht so lieb, dass ich mich für diesen Geist liebte... Ich bin der Vater, dass ich mich auch immer beidete. das geht zum lager der wand und erobere den nächsten kürze zu So, ich lande hier. Okay. Kampfzone. Jawohl. Ja, ja. Das können wir ja. Gut, ich weiß jetzt nicht, ich spiele ja das Ganze auch live. Ich kann es natürlich auch während des Spiels mal ändern, wenn ich finde, ich bin mir wirklich zu leicht. Aber momentan versuche ich einfach mal noch live. Schon abgeschlossen. Okay. Aber wir haben nur wenn du alle Gegner besiegst, das geht deine Leiste an. Wir haben verschiedene Tieren, das hier, Combo, so kann man schaden. Also die Seite. Passieren auf diese Punktzahl erzielst du deinen Rang von S bis D. Höhere Ränge bringen dir mehr gegrült. Na, glatt, würde ich schon sagen. Ein aktueller Rang wird während des Lacht-Runden-Richt. Ja, das haben wir gesehen. Angezeigt das Werben-Rang A. Da steht auch wieso, warum. Combo, 16, ja, längster Combo. Belohnung. Wir bekommen anscheinend immer eine Kiste. Aber ich muss mich immer ducken, um das irgendwie aufzunehmen. B ist natürlich wie logisch. Äh, wie wäre das nochmal? Nee. die Tast, oder? Ich kann's essen. Benützen. Dann. Dann. Äh. Äh. Ich glaube, ich habe zu wenig. Ups. Wird irgendwie irgendwo angezeigt, wie viele ich habe davon? Wirken die Tast. Wirken die Tast. Okay. Musst du doch L. Da war das andere Tast. Ja. Da wird mein Schild angezeigt. Okay. Naja, dann habe ich halt, äh, gesät, ohne, was? äh, naja. Ah, hier. Schmetterlinge, ein Schmetterling ist erschienen. Du kannst mithalten von L, äh, R1, Rosonen von ihrem Absaugrat. Jetzt. Jetzt habe ich 15. Okay, dann kann, könnte ich jetzt einen sehen, ja. Äh, nicht. Ich habe keine Samen mehr, kann das sein? Na dann. Was? Wo ist die Münze? Ah, oben. Das habe ich gar nicht gesehen. Ab und so, also, ich muss dir sagen, oh, jetzt habe ich gewonnen. Samen bekommen. Äh, ist es ja sehr. Ah, steht auch meistens. Äh, ich soll es sehen. Jetzt. So. Ist das falsch? Ah, ist dasよ. Ah, istavian- Kolliem? Ansehen aus Barschen. Irgendwie will er jetzt nicht. Ich will doch 15. Okay. Irgendwie will er gerade nicht. Keine Ahnung. Weil er normalerweise nicht. Was ist denn nicht? Den richtigen Dinge benutze. Okay. Ich frage mich, was ich da falsch mache. Aha, ich musste... Genau, ich musste ja 4. Wir kamen gerade ins Zinn. Es hieß ja irgendwie noch. Ich muss noch etwas weiteres benutzen. Oh, sogar 2. So. Auf einmal essen. Okay, ich esse es lieber... Okay. Kann ich noch mal zurückgehen? Ich habe hier dort eine gepflanzt. Ich hoffe, die Pflanze ist noch dort. Kann das sein. Aber was sind denn die 15, wo dort angezeigt werden? Die Pflanze hier noch irgendwo? Ah ja. Und zwar... Aber ich verstehe nicht so ganz, wo das jetzt angezeigt wird. Einmal essen. Einmal essen. Also wegen der Energie. So. Wir fahren hier in dem Bereich. Wir gehen natürlich... Ja. Nochmal... Durch. Ja. Eben. Wie gesagt, es ist ein Blind-Let's-Play für mich. Wegen dem... Ja. Entschuldigung, dass ich halt hier ein paar Dinge... ...wahrscheinlich falsch machen werde. Oder keine Ahnung haben werde. Oder manchmal gar nicht so schnell weiterkommen. Ja. Müsst ihr mir einfach verzeihen? Ja. Da traue ich dir das. Gut, was? Jawoll! Ja, ich frage mich ehrlich gesagt immer noch, was sollen wir da haben? Also ich meine, klar, wir sind eine Prinzessin, aber es gibt ja... Wie ein Elf? Nee, oder? Ich vermute, irgendetwas Erfundenes... Oh. Kannst sehen wir. Irgendetwas Erfundenes noch für die zu spielen. Ganna? Ah, nein. Ups. Braucht den. Kannst du. Ist die Energieanzeige da? Das guckelt ein bisschen, irgendwie. Habe ich das Gefühl? Okay. Ich denke nicht, dass ich einen hohen Rang bekommen werde. Guck ihn mir auch einfach weiterziehen. Ah, ja. Ja gut, wie gesagt, die Spieler ja... Okay, es wurde uns noch etwas hinzugefügt. Oh, das Bild sieht ja nicht schlecht aus. Der einzigartige Speer mit einem blauen Visor an der Spitze und einem ruhenden Schriftangriff. Er hat nur eine rechtmäßige Trägerin... Er hat nur eine rechtmäßige Trägerin, Ragnwals Erste Prinzessin und unsere Meisterin aller Parcuren, Prinzessin Griselda. Ja, aber momentan haben wir ihn... Nee, die ist ja gestorben. Mit ihrem Zu... Schaustellung der Macht des Speeres im Namen des Königs hat sich Prinzessin Griselda das Recht verdient, den Angriff der Walküren anzuführen für uns. Wir waren so lange im Schatten der Männer stehen... Was? Für uns, die wir so lange im Schatten der Männer stehen mussten, ist sie der Leidbeeren, der uns durch die Nacht führt. Ihr jungen... Mütter... Mütter... Mutter... Ihre junge Mutter... Aha, ihre junge Mutter weilt bereits unter den Sternen, aber ich bin mir sicher, dass sie Glück im... Himmel... Lich im Himmelreich... Lich im Himmelreich... Bald wird Prinzessin Weduli an der Seite ihrer Schwester gerufen, um sie zu unterstützen. Ich hoffe, dass sie diese Aufgaben gewachsen ist. Anscheinend schon. Memorien, ein Valkyrie der Armee von Ragnarviel. Ragnarviel. Oder Fall? Egal. Ein Tastzeug von ihr vergeben wird Riddella. Nach ihrem Tod muss ihre Schwester das Gewicht ihr großen Fußstöpfen. Ja, wir sind in den Fußstöpfen unserer Schwester getreten. So einfach. Nochmal zusammen. Okay. Allraben. Ich weiß nicht, was Allraben ist. Wehen. Ingro-sehen. Ingro-sehen. Groß. Ingroß. Sehen. Hä? Was? Also erstens mal groß schreibt man mit zwei S. Oder bis Doppel-S im Deutschen. Okay. Wir sehen. Wir sehen. Oh, jetzt steht da. Null. Wieder drei. Okay. Dann sind es die... Aber wie viel brauchen wir denn pro... Oh, anscheinend mehr. Hä, 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 okay. Wie viel genau brauchen wir? Naja, jetzt... Anscheinend bekommt man ja sowieso sehr viele Sachen. Aber was heißt das 15 da? Äh... Und das Münzen? Nee, das tut man nicht Münzen, oder? Ja, ich würde sagen hier an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und, äh... Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben. Ihr könnt auch gerne etwas in die Kommentare schauen, wenn ihr möchtet. Natürlich könnt ihr auch ein Abo dalassen. Ich zwinge euch nicht dazu. Würde auch keinen Sinn machen. Und, ja, wenn ihr mehr sehen wollt von Odin... Odin, äh... 4... Äh, Live-Versier. Das reimt sich irgendwie. Ähm, dann... Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Odin 4 Live-Versier. Also, tschüss!